So, liebe Freunde, Folge 4 am Start mit dem Game Pumpkin Days, dem Art Harvest Moon für den PC, kann man praktisch sagen. Ja, wir waren dabei, ein paar Quests zu machen. Jetzt gehen wir mal hier zum Animal Shop, die wir halt alle durch haben. Ich hatte ja beim letzten Mal erzählt, beim Hochladen Gigabyte-lastig folgen bliblablub. Ähm, ja. Hier geht es ganz ein bisschen fixer mit Upload von 50 MB, ist das doch schon ein enormer Sprung zu den 12 MB, die ich momentan habe. Was Streaming angeht, könnte ich qualitativ ein bisschen höher schrauben. Was ich aber nicht möchte, weil so wie es momentan ist, können das sehr viele Leute gucken und brauchen keine High-End-Leitung, was den Download angeht oder keine Ahnung was. Sondern auch Leute, die halt keine sehr große Leitung besitzen haben können, ähm, haben die Möglichkeit, im Stream reinzuschauen. Damals war das ja auch schon so ein Problem, dass einige Leute sich dann abgewendet haben, weil es nicht mehr schaubar ist. Da wurde mir dann gesagt, ich müsste mich entscheiden, wie, wie will ich das am besten machen. Darauf Rücksicht nehmen oder halt nicht. Naja. Ich muss die auf jeden Fall füttern. Schaufel bekommen. Ich habe was bekommen? Oder ein Click-Feeding-Troach. Gut. So. Das ist drin. Jetzt haben wir hier eine Schaufel. Eine stärkere Schaufel. Jetzt nehmen wir mal die 6. Machen die Kuhfladen weg. Weg damit. Und fertig. Fertig. Ah, genau. Ich muss die Milch noch holen. Holen wir uns jetzt noch ein bisschen Milch. Aber bist du eine glückliche Betty, ja? Dafür ist das Gras also gut. Also müssen wir das Gras eigentlich sogar... ...behalten. Das ist ja Wahnsinn. Wir haben einen Pupsack. Was soll ich hier mit einem Pupsack? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall bin ich gespannt, was Vodafone oder Unity Media... Vodafone ist es ja jetzt. Dann sagt man, ich habe da ja momentan ein Gesamtpaket. Ich habe Fernseher drin, Telefon ist da drin und natürlich auch ein Handy, dass immer, wenn die Leitung gesponnen hat, ich über das Handy wenigstens noch telefonieren konnte. Weil es praktisch genauso kostenlos ist ins Festnetz, blablabla, wie die Gesamt-Telefonleitung halt. Aber wenn ein Telefon halt down ist, also die gesamte Internetleitung, dann ist hier alles down. Dann kann man auch nicht telefonieren, noch nicht mal mehr Notrufe lossenden. Und da gehen echt viele schon von aus, dass jeder ein Handy zu Hause besitzt und sowas. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich das dann von denen umsonst bekomme. So, wir gehen direkt rüber zum nächsten Auftrag. Wenn wir schon mal auf dem Weg sind. Gucken wir doch mal vorbei. Ja, jetzt haben wir hier die ganzen Crests abgeklabbert. Ähm, ich werde zu schnell, es geht, gucken, dass ich die Folgen hochgeladen bekomme. Da muss ich noch ein Thumbnail auf die Schnelle zusammenschustern. Das sind ja immer so 0815, die ich da zusammenklatsche, mit meinem Logo halt versehe. Dies, das, jenes hast du nicht gesehen. Und... What's up? What's up, dude? Ähm, ja. Mal gucken, wie lange es dauert mit dem Hochladen, dass die für euch denn so schnell es geht am Start sind. So, das da rein. Was haben wir? Das liefen wir. So, das haben wir. Jetzt gehen wir gleich an die Werkbank, denke ich mal. Genau, wusste ich es doch. Wir bauen uns unseren Tisch zusammen. Was? Achso. So. So. Können wir eigentlich die ganzen Werkzeuge hier benutzen? Weil dann wäre das ja mega geil. Dann könnte ich ja so auch einfach Sachen zusammencraften und die praktisch verkaufen. So, dann haben wir die Quest auch komplett. So, dann können wir zu unserer Farbe ein paar Sachen da reintun. Den Pupsack von der Kuhweide halt. Schauen wir mal. Wir haben ein paar Blümchen. Wir haben die Milch. Wir haben hier Brot. Sek. So, den Tisch können wir eigentlich erstmal in die Kiste tun. Jetzt nicht. Es ist nicht sinnlos, aber erstmal hier im Weg steht, sag ich einfach mal. Ach, die andere Schaufel mussten wir abgeben, sehe ich gerade. Na gut, dann ist es so. Ähm. Dann gehen wir zur nächsten Quest hier übrig. Visit the Home Extension Store. Gehen wir da hinten noch hin. Wie gesagt, wir klappern jetzt hier die Quests noch ab. Und dann habt ihr so einen kleinen Einblick für das Game bekommen. Wir wissen, wie wir die eigene Farm beherbergen. Wir lernen über die Quest. Alles andere auch kennen soweit. Ich find's nice. Hi. Hi. Ach so. Jetzt ist sie mit mir nochmal zum Shop gegangen. Alles klar. Äh. Was denn? Für Items? Oh, Moment. Ah. Scheiße. Ah, ich hab die Milch. Ich hab die Milch nicht mehr. So, da haben wir das gemacht. Eigentlich ist es ja gerade voll Bug-Using gewesen, wenn ich das so überlege. Ich hatte die Milch nicht mehr. Und äh. Hab die jetzt einfach wiederbekommen. Jetzt gehen wir hier. Bla 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 bla. Braise River. Ah. Jetzt will ich mich kurz richtig hinsetzen hier. Wo ist denn hier? Wo ist denn hier? Da. Jetzt auch noch ein paar Pflänzchen können wir mitnehmen. Aber wir gucken erst so nach. Ne, wir gucken erst so, was die Quest sagt. Ne, wobei hier ist doch eine Pflänz. Ja, gerade noch. Schön einpflanze, äh, einsammeln hier. Also lerne ich das Fischen? Ja, nice. Ich hab wieder Holzangeln bekommen, okay. Äh, die sechs. Hier machen. Muss schon eine gewisse Tiefe haben, okay. Geht gut away. Hallo, ich hab mich voll angestrengt, ja. So, jetzt hab ich einen. Damit gehen wir jetzt zu den Fritzen. Zeigen den Fisch. Haben wir die Quest auch fertig, hoffe ich. Nice. Cool. Kann ich sogar behalten. Das ist ja cool. Trägt mal da mit. In das Inventar gucken, ob wir noch Blümchen sind. Dann auch fertig. Dann haben wir, glaube ich, noch ein oder zwei Quests. Sind wir soweit. Fest durch. Jut, dann Quest. Ja, dann hoffe ich, dass wir noch mehr Quests kriegen. In Zeitraum hin. Dass wir auch mal weiterkommen. Ich glaube, da können wir nur mit Quests freispielen. Wenn ich das jetzt verstanden habe. The Post Office. Ah, okay. The Post Office. Okay. Ich hoffe, der lässt uns jetzt noch rein. Ansonsten müssen wir dann auf den nächsten Tag warten. Gar kein Problem ist, wenn ich so überlege. Kann man mit euch sprechen? Ich habe gedacht, die sagen uns jetzt irgendwas und geben uns neue Quests oder so. Aber scheint wohl nicht der Fall zu sein. Von daher ist ja egal. So, das packen wir jetzt erstmal in die Box rein. Ich glaube, die Rüben sind auch fertig, so wie das aussieht. Hier, das meine ich halt. Da ist die Milchheit drinne, ne? Ich glaube, die Zuckerrüben sind auch fertig. Ja. Ich bin gespannt, wie wir auch unsere Ausdauer und Energie hier hochbekommen. Ob man da irgendwie durch bestimmte Quests mehr Power erlangt oder whatever. Aber ich weiß es halt nicht. Lass mal gucken. Kann ich hier raus irgendwie? Ah. Guck mal einer an. Ich kann daraus sogar Seeds machen. Das ist ja cool. Das gefällt mir. Okay. Nee, das wusste ich nicht. Hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich das nicht verkauft, sondern, ne? Sie bescheid. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Post Office. Mal gucken, ob da noch jemand auf uns wartet. Oder halt nicht. Lass uns überraschen. Ansonsten müssen wir den nächsten Tag dahin. Was ja auch gar kein Problemchen darstellen dürfte. Okay. Jetzt reden die alle in der Bar. Jetzt reden die alle miteinander hier. Ja, moin. Jerk? Okay. Why hello? Wer ist denn hier? Bist du die Post Office hier? Oh, ähm. Na du? Hi. Oh, ähm. Ah, siehste. Da ist das Post Office. Ja, das war's. Sehr gut. Dann haben wir die Quest auch fertig. So, dann können wir uns jetzt zu Hause noch ein bisschen drum kümmern. Gucken mal, ob wir vielleicht noch die Dinger angepflanzt bekommen. Ich weiß es nicht. Dann hauen wir uns wieder ins Bett. Dann sind wir. Fertig. Werdig. Hätte das gedacht. Werdig. Werdig. Zwölf Stück, ne? Das ist noch ein bisschen tricky hier mit der Steuerung, bin ich auch ganz ehrlich. Ah, komm, halt noch durch. Dass wir das zumindest noch fertig bekommen, lieber. So, auf Kampf, komm raus, draußen schlafen. Und das ist natürlich auch blöd, aber gut. 67 hat mich das jetzt gekostet? Jawohl. Okay, Herr Doktor. Ich geb mein Bestes. Äh, wo komm ich denn hier raus? Ist das da meine Farm? Ja. So, die 7. Ist das denn jetzt schon gegossen oder ist es nicht gegossen? Das ist echt ne Frage, die ich mir grad selber nicht erklären kann oder so. Es sieht so aus, als wäre es gegossen. Ja, cool. Dann brauch ich noch nicht mal gießen. Das ist sehr gut. So, dann gehen wir zum Postamt. Schauen wir mal, ob wir Geld bekommen haben oder nicht. Und versuchen wir unser Glück. Oh, wir haben Wochenmarkt. Ja, sehr gut. Was haben wir denn da jetzt? 259. Ja, gut. So, dann gucken wir doch mal. Was haben wir denn hier? Wochenmarktstände. Hatschel. Wie ist das? Okay. Kartoffeln und sowas. Hier haben wir Lachs, Milch. Schlag mich tot. Whatever. Hoppala, ist mein kleiner Röpser hochgekommen. Was ist das denn hier? Ah, sowas wie Energy Drink. Das klingt doch schon mal nice. Dann nehmen wir doch mal mit hier. Zwei Stück am Stizzle hier. Ich würde jetzt gerne mal zum Blacksmith. Und schauen, ob der uns etwas Besseres herstellt. Hallo. Buy and sell. Wir haben hier eine Silberhacke. Guck an. Eine Goldgießkanne. Das sieht doch schon mal ein bisschen nicer aus, würde ich mal behaupten. Eine Kupferhacke. Eine Goldhacke. Ja. Silberhacke. Eine Silberhacke. Das kann auf jeden Fall schon was. So, eine Spitzhacke. Das beinen wir. Dann nehmen wir eine Eisensichel. Beinen wir auch. Können wir die hier verkaufen? So. Haben wir ein bisschen was versettelt hier. Müssen wir wieder Geld sammeln. Weil wir brauchen ja auch für die anderen Sachen natürlich, ne? Aber wir müssen natürlich jetzt auch die Madame hier finden. Da müssen wir echt mal gucken. Wo finden wir die? Wo finden wir die Madame? Können auf dem Weg der Blumensammelkunst hier nochmal gucken. Aber liebe Freunde. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Also wird es doch noch ein, vielleicht zwei Folgen mehr. Ich weiß es noch nicht. Wir lassen es überraschen. Ich sag, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Und bis dann.